Die DAX hat gestern seine Chance vertan trotz guter Vorgaben aus den USA mal wirklich ein bisschen Strecke zu machen und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren zum Ausblick auf die Märkte und gestern hatten die US-Märkte dann zwischenzeitlich doch einigen Druck nachdem die Ölpreise massiv nach unten kamen von 48 auf 45 Dollar fielen im WTI. Das schmeckt den Amis nicht. Da sahen wir dann doch durchaus den Rückwärtsgang erstmal, auch wenn man sich so zum Handelsende hin aufraffen konnte, das Minus ein bisschen zu reduzieren. Heute ist der große Tag der Non-Farm Payrolls, der Arbeitsmarktdaten. Gestern haben wir schon eine Vorausschau gesehen durch den ADP-Arbeitsmarktbericht, ein Ticken besser. Wir sahen sehr gute Erstanträge und das wird das heutige Thema sein in Sachen Konjunktur der USA, in Sachen Märkte der Welt. Wir haben jetzt die Situation, dass Amerika geschockt ist. Wir haben offenkundig bei Demonstrationen gegen die Tötung eines Schwarzen in den USA in Dallas gab es eine große Demonstration. Dort sind mindestens wohl vier Polizisten erschossen worden, sieben verletzt. Das ist derzeit Stand der Dinge. Das wird Amerika heute total beschäftigen. Das wird das große Thema sein. Das wird möglicherweise auch den Wahlkampf wieder verändern in den USA. Alles ist möglich. Schauen wir uns erstmal an, was die Asiaten aus dieser ganzen Situation jetzt machen. Derzeit, wir sehen den Nikkei unter Druck, minus 0,75 Prozent. Wir sehen Shanghai minus 1 Prozent, Hang Seng 0,87. Es gibt Gerüchte, dass Chinas Notenbank heute die Mindestreservesätze senken wird. Sprich, dass Banken dann weniger Geld hinterlegen müssen, um Kredite auszureichen. Mal sehen, ob das kommt. Wir sehen Australien praktisch unverändert. Was haben wir heute an Termin? Eben die angesprochenen Stellen extra k. Arbeitslosenquote. Dann dazu noch Participation Rate und Stundenlöhne. Also Participation Rate der Anteil derjenigen, die sich überhaupt noch bewerben. Rein in die Charts. Wir gucken, was geht. Was wird sich tun? Wie wird der DAX die ganze Geschichte starten? Wir haben gestern hier diese Zone 9400 dann doch noch mal nach unten verlassen. Haben dann versucht, uns wieder ranzurobben beim DAX an diesen Bereich. Wir dürften nach aktueller Indikation, naja, so um die 9.375 ungefähr reinkommen. Kann sich ändern, bis Sie das Video sehen. Und wir müssen erstmal über 9.4, dann müssen wir über 9.5 das Tageshoch gestern. 9.503 und dann müssen wir über 9.530, um da überhaupt mal wieder Morgenluft zu schnuppern. Aber wir haben das Risiko, dass eben die ganze Party jetzt nach unten geht mit einem Bruch der 9.300er Zone und dann Wupps auf 9.160. Das sehe ich derzeit als das wahrscheinlichere Szenario an, als dass wir jetzt hier nach oben schießen. Sprich, das Chancen-Risiko-Verhältnis auf der Oberseite ist derzeit ein wenig ungünstig. Schauen wir uns mal die US-Märkte an. Da sehen wir hier den S&P 500, der gestern so ziemlich genau das egalisiert hat, was durch den Brexit verloren war. Dann diese massive Aufwärtsbewegung. Die könnte jetzt aber erst mal wieder stoppen. Wir könnten praktisch an den Deckel gestoßen sein und dann in einer nächsten Bewegung hier eine rote Kerze zaubern, also nach unten gehen. Ähnliches Bild sehen wir beim Dow Jones, der gestern es nicht geschafft hat, hier diesen Widerstandsbereich 18.000 zu erreichen. Knapp drunter. Dann kam der Abrutsch beim Öl. Das hat den Dow dann stark belastet. Schauen wir uns mal die anderen Märkte an. Wir sehen hier das britische Fund zum Dollar 1.2950. Gestern der Rücksetzer ja unter die 1.29. Nur noch Litsam und May im Rennen seitens der Kandidatur für den britischen Ministerpräsidenten oder Präsidentin. Das wird sicherlich weiter Einfluss auf den Fund ausüben. Wir haben hier jetzt eine ziemlich angespannte Situation. Wir sind perspektivisch sehr, sehr negativ für Sterling. Schauen wir uns mal Euro-Dollar an. Läuft im Grunde seit dem Brexit, seit der Verarbeitung des Brexit seitwärts. Brauchen wir nicht viel darüber sagen. Wird sich aber bewegen mit den Non-Farm-Payrolls. Wir sehen Stärke wieder im Dollar-Jährigen. Respektive Stärke im Yen und nicht im Dollar. Das heißt, wir haben wieder diese Flucht in die sicheren Häfen. Gestern die sicheren Häfen ja ein Stück weit abverkaufte, wie Gold zum Beispiel. Aber man kann sich erholen. Aktuell 1.358. Und vielleicht war das einfach notwendig, hier mal ein Rücksetzer. Denn die Longquote im Gold ist einfach sehr, sehr hoch. Und da muss einfach mal ein bisschen was rausgekegelt werden. Gilt ähnlich, wenn gleich nicht so extrem hier für Silber unter der 20er Marke. Gestern ja das Thema Dollarstärke. Und das ist dann eben nicht gut für Gold, nicht gut für Silber. Wenn eben möglicherweise die Daten aus den USA, die Konjunkturdaten so gut werden, dass die Fed dann doch gezwungen sein könnte, was zu machen in Sachen Zinsanhebung. Und wir sehen hier den dramatischen Fall des WTI-Öls. Über 3 Dollar ging es da nach unten von 48 auf 45, weil zwar die Lagerbestände zurückgegangen waren, aber eben nicht so stark wie erhofft, wie erhofft vor allem von den Ölbullen. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir uns den DAX abschließend noch mal anschauen? Wie gesagt, wir haben hier das Risiko, wenn wir jetzt nicht im frühen Handel gleich 9.494,35 rausnehmen, dass die ganze Party dann Richtung Süden wieder läuft, mit einer letzten Chance im Bereich 9.300 und dann kommt erstmal lang gar nichts und dann 9.160. Aber was heute wieder kommt, das hat man mir versichert. So Herr Born wieder sicher gelandet ist in Deutschland. Das ist der Trade des Tages. Ziemlich genau mit dem Ausblick, mit dem Videoausblick, den Sie jetzt gerade gucken. Und ich wünsche erstmal das Allerbeste für diesen Tag. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.